Auch Geschenke füttern mögen Lernzeit und deshalb kommen jetzt alle in die Weihnachtsmannschule und nehmen sofort... Die Weihnachtsmannschule. Weihnachtsmänner aus Schokolade sind so hell, süß und lecker. Weihnachtsmänner aus Schokolade sind so hell und süß und lecker. Das Märchenmusical vom Kindermusiktheater. Bekannte Märchenfiguren, die Schneekönigin, das Rumpelstilzchen als Punkerenge, aber auch der Schneemann, Tannenbaum oder Flocke Annika wirbeln gemeinsam die Weihnachtsmannschule auf. Und der Lametta-Mann, der darf da auch nicht. Wenn man der Lametta-Mann, dann ist das Mann, denn ich bin der Lametta-Mann. Wer einmal Weihnachtsmann werden will, der muss natürlich auch viel lernen, was der Weihnachtsmann alles können muss und was zum Weihnachtsfest alles dazugehört. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Da erfahren Emily und Louise aus dem Publikum bestimmt auch noch was Neues. Poppische Songs, gemischt mit traditionellen Liedern, bringen das ganze Publikum in Vorfreude auf das Fest. Die Pechmarie hat Pech und Krieg mit dem Kack. Zucker, wacker, rote Grütze, kalter Bruch und ohne Mütze. Halt ihr mal bei Frohle nicht, ist doch ein Teil so schön. Ja! ... ... ...